Herzlich willkommen Leute zurück bei Let's Play Tales of Berseria. Wir möchten zum nächsten Hafen, der direkt um die Ecke liegt ja auch eigentlich. Ich glaube genau hier müssen wir rein in die Höhle. Wenn mich nicht alles täuscht, dürfte das genau der Weg sein, durch die Höhle einmal durch. Aber zuerst ist die Expedition wieder zurück. Das bedeutet hier einmal zack, Ausbeute zeigen, ne? Ach alle, ja perfekt Digga. Richtig geil. Alle Duelle verloren bei der Expedition. Richtig top. Richtig top. Hm, jetzt warum das Name so ähnlich ist? Hey, Eleanor? Danke, dass du vorhin bist. Ich denke nichts davon. Meine Orte sind um dich zu schützen, also habe ich gemacht. Oh, ich verstehe. Natürlich, Orte oder keine Orte sind, würde ich auf jeden Fall von einem Dämon schützen. Juck mich nicht, Magie Lewis, juck mich nicht. Ich denke, das Ziel ist, was sie nicht so gut sind. Wie sie sich auch mit dem Schwenk, schmutzig, schmutzig, schmutzig. So schmutzig war die Schwenk, die sich auf die Höhle verflügt fühlt. Aber keine Schwenk wäre das Ziel zu sein. Aber keine Schwenk wäre das Ziel. Die Menschen, in ihrer Superstition, begannen sie, die Godblade, die Gottblade. Diese Gottblade, ist es die Stormquell? Shush! The tale is merely beginning. Now, there was one man who was truly enamored with the Godblade. His name was Kurogane, a blacksmith of wondrous talent. His heart was set on forging an even greater sword, and he had a name in mind for this sword. Stormquell, the sword to conquer the Godblade's roaring winds. And did he make it? Kurogane forged scores of challengers to the Godblade, but each would-be stormquell was shattered by the implacable howling wind. Some say the wielder of the Godblade chopped off his head. Others say he took his own life. The truth is lost to the dusty cobwebs of history. But perhaps he and his grudge towards the Godblade somehow yet live. A grudge that spans centuries. You hear tall tales like this all the time. That sword and its inscription we saw were probably just inspired by the legend. Perhaps. But if that's the real Stormquell, we should all sleep with one eye open tonight. What makes you say that? Because that Godblade Kurogane wanted so desperately to top has been passed down through my family for generations. Its name is Stormhowl. Oh. In other words, we could well bump into your armored friend again. Let's hurry it up. Ganz genau. Let's hurry it up. Westertunnel. Ehemalige Bergbaustätte. Okay. 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 Holy shit. Auf einmal. Die Kristallel sind also auch Golems. Sind quasi auch Golems. Hier ist noch ein Secret mit einer Kiste. Verlangsamungsabwehr, ja. Aber verlangsamt bin ich meistens nur durch mangelnde Arztpunkte. Und gar nicht so krass durch Gegner. Ah, okay, gekommen bin ich von da unten. Nach oben geht's weiter. Ja, okay. Ich habe einen Augenblick auf sie, egal wie nahe du zwei kommen. Ich will sie verstehen, dass ich zuerst bin. Also, was willst du mir machen? Mal sehen, um es einfach zu sagen, ich bin Nummer 1 und Elinor ist Nummer 2. Entschuldigung? Ich verstehe. Du bist Nummer 1 und Elinor ist Nummer 2. Genau, ich bin Nummer 1. Wait, das ist ein bisschen schrecklich, nicht wahr? Nein. Das ist, äh, witzigerweise nicht wirklich dumm oder auch tatsächlich etwas, was ich auch in Gedanken hatte. Was wer wird sich da traut zu sagen, denken sich wahrscheinlich viele in dieser Situation auch wirklich. Hier auf der anderen Seite ist nochmal so ein Monster. So ein krasses Monster. Aber die sind wirklich ganz schön heftig. Eine Kandelle? Was macht das hier? Oh, ich denke, diese wurden benutzt, um die Robberen wegzunehmen. Wie Warnungen rund um alten Kingstumben. Ich habe darüber gesprochen. Es ist ein Trick zu den Stein. Es reagiert zu Heut. Heut, hm? Dann ist es nur eine Sache zu tun. Kerzen und Türen. Manche Türen sind mithilfe eines Flammenzaubers verschlossen und können nicht auf übliche Weise geöffnet werden. Finde und zünde Kerzen in der Umgebung an, um den Zauber zu brechen. Ich habe mir irgendwie aber auch schon tatsächlich fast gedacht, dass das etwas mit dieser Tür zu tun hat. Vielleicht dachte ich, vielleicht auch mit den Kristallen irgendwie, aber ne. Du kommst, glaube ich, auch nicht einfach so an diesen, auf dem Hauptweg kommst du nicht einfach so an diesen Monstern vorbei. Ich kann jetzt hier lang und dann, hier komme ich jetzt wahrscheinlich zu dem Monster. Ne, tatsächlich nicht. Hier bekommen wir noch meine Trüme 1200 Gold. Nehme ich auch mit. Und wahrscheinlich kommst du, ja doch, doch, du kommst auch, du kommst. Und wenn wir dann noch weitergegangen wären, dann wären wir trotzdem zum Monster gekommen. Aber wie gesagt, die müssen wir nicht alle mitnehmen. Ich glaube, zwei von vieren, die wir insgesamt gesehen haben, haben wir bisher mitgenommen. Dieses und das erste, was wir gesehen haben, nicht die anderen beiden schon. Boah, das ist aber auch schon ganz schön knapp hier gerade. Ja, Händler haben nichts Relevantes, Interessantes für mich tatsächlich. What the fuck? Der wurde, der Bro wurde besiegt und zwar von dem. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Das ist Lord Shigure, einer der nur zwei Legate Exorcisten in der gesamten Abbey. Ah, nicht gut. Also es ist ein Gegner, ein Feind, na super. Der hat ihn gefickt. Das ist wenig überraschend tatsächlich, die Ähnlichkeit ist mir schon aufgefallen. Ah, jetzt geht's gut. Aber ich frage mich, hat das wirklich verändert, was das wirklich verändert? Wenn mein realer Sturm-Howl breaks your sad reject again, you're gonna piss yourself like last time? Ich verarschend, Alter. Ich frage mich. Ich frage mich. Ähm, das Ding ist, ich will keine Items unscripted Fights verschwenden, aber es wirkt nicht wirklich wie ein... Das wirkt so, als könnte ich ihn wirklich besiegen. Das wirkt so, als könnte ich ihn wirklich besiegen. Und dementsprechend muss ich, glaube ich, mal ganz kurz... Ja, ich kann ihn aber nicht wirklich besiegen, tatsächlich. Der ist halt dann doch ein bisschen sehr krass hier gerade. So viel Apfelgelee hab ich halt auch einfach nicht. Alter, ich hab auch noch nie mit Rokoro gekämpft, Mann. Aber der ist doch auch zu krass, oder? Den krieg ich nicht. Vielleicht muss ich ihm aber auch nur ein bisschen Leben abziehen. Das ist tatsächlich jetzt mal ein harter Kampf hier. Ich hoffe, ich muss ihn nicht komplett besiegen. Mann! Ja, wenn du einmal kurz gestunt bist, kannst du doch einfach leider nicht mehr wirklich viel machen, ne? Okay, das ist jetzt wirklich... Das ist hart, wenn du keine Mates hast. Alter, du kannst! Was ist denn das? Ich will auch einfach mal... Ach, Mann. Ich kann den nicht abblocken, alles was er macht, Digga. Guck mal, ich bin... Er steht da wie ne Statue. Ich werd getroffen und steh auf einmal einfach da wie ne Statue. Macht gar keinen Sinn, Alter. Ich mein, wenn ich verwirrt bin, das ist was anderes, aber jetzt... Er steht manchmal da wie eine Statue und ich kann nichts tun. Alter, das... Ich hab nur einen Artpunkt, Mann. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, dieser Kampf ist... Dieser Kampf ist leider ein bisschen scheiße. Alter, ich kann dem... Du kannst deinen Angriff. Das ist unmöglich, seinen Angriffen auszuweichen. Das geht gar nicht. Oh mein Gott, ich hab's aber geschafft, ihm im Half-HP abzuziehen. Ich mag ihn. Aber, ich denke, unsere Kampf ist vorbei. Rokuro! Was? Mein Körper! Ich sagte, bleib aus! Wir sind nur jetzt hier. Oh? Oh? No backing down for you this time, huh? But we're done for today. Siegure! Oh, calm down, Rokuro. We could have a real fight sometime if you actually brought a decent sword. Go ask that old bastard there to make you one. I'll be waiting. Bitte? Who? That demon in the armor. Koragane. The blacksmith! From the story! Als ob! We're waiting for you at Port Cadnex. Unless you can beat me, you ain't getting off this island. Who are you to decide that? You got a problem with it, lady? Huhh? Best of luck, you demons! You'll need it! Lord Chigure, sir! I'm on a high level mission! Eleanor Babe, I get it! You've gone rogue, have fun with that! I see you again. Ja, ich glaub, so was sorgt wird dafür sorgen, dass sie sich eher uns anschließt. Du kannst es sagen. Aber wenn wir alle ihn zusammen kämpfen... Das funktioniert nicht. Aber es gibt noch einen anderen Weg. Was über das du sprichst? Welcher Weg? Seid mir. Das ist schon... Das ist natürlich nice. So Rokoro extra Level Up, das ist natürlich ganz cool. Ey, so einzelnen Fights sind ganz cool und der war tatsächlich jetzt nicht so krank schwer, aber auch wirklich nur, weil du nur Half-HP machen musst. Wenn ich den komplett hätte einmal down kriegen müssen von seinen HP her im Kampf, dann... Also das habe ich jetzt auf Biegen und Brechen grad so irgendwie hingekriegt. Schneidende Doppelkling, okay, das sind seine ganzen Kampffähigkeiten halt. Ja, aber Rokoro... Ich spiel halt, wer er wird. Das ist sein Kampf. Das hat nichts mit mir zu tun. Aber Shigure hat gesagt, dass er auf der Porte wartet. Er ist vielleicht ein Nutball, aber ich glaube nicht, dass er genug genug ist, um uns durchzuhalten zu lassen. Genau. Und als Schwarzmann ist er noch mehr künstler als Artorias. Und das sagt etwas. Wir sind Mäste mit unseren Haaren gebeten. Und der Katze ist seine Lippe. Zum Schluss scheint Kurogane zu einem bestimmten Plan zu haben. Gut. Wir hören, was er zu sagen muss. Eine weirre Situation, in die wir da reingeraten sind. Eine weirre Situation, in die wir da reingeraten sind. Aber ich bin hier schon richtig gerade, oder? Ja. Glaube ich. Was warst du, Elinor? Was warst du, Elinor? Was warst du so? Wie warst du... Ich... Ich weiß nicht, was sie auf ihren Schlafen hat. Okay. Das Team ist wirklich... ...ganz hart an der Grenze. Entschuldigung, ich habe dein Körper gefeiert. Ich verstehe, wie es fühlt, um deine Freunde zu schützen zu wollen. Die Probleme mit den Demonen, nicht mit dir. Aber ich denke, Velvet hat die Möglichkeit, die gleiche Weise zu fühlen. Zumindest, wenn es zu ihrem Bruder kommt. Ist das, warum du mit ihr stehst? Ich... Ich bin nicht sicher. Es ist schwer zu sagen. Ich muss herausfinden, was mit dieser Gruppe passiert ist. Wenn ich immer hoffe, die Kinder von ihnen zu retten. Da hinterfragt, warum sie so ein bisschen gegen ihren Willen dort sich einmischen wollte. Das war tatsächlich, weil Lafisette sich ihren Körper zu nutze... Also, sich ihren Körper zu nutze machen, will ich jetzt eigentlich nicht wirklich so sagen. Aber, ne? Sie kann sie... Äh, Lafisette kann sie kontrollieren. Er ist in der Lage, ihren Körper zu steuern. Hä? Bitte was? Das war doch schon der richtige Weg hier gewesen. Sonst wäre es dann doch hier nicht weitergegangen. Aber dann vielleicht doch... Äh, warte mal. Okay, dann doch hier. Ja, doch, doch. Okay, hier lang. Ich glaube nicht, dass wir in der Lage sind, solche großen... Äh, also solche großen Klippen, also beziehungsweise einfach solche großen Entfernungen irgendwie zu überwinden. Sondern wir sollen das immer bloß finden, damit wir uns die Frage stellen, wo könnten wir weitergehen, um dort hinzukommen. Um zur anderen Seite zu gelangen. Und in dem Fall ist es, glaube ich, genau dieser Weg hier. Ja. Ganz genau. Und hier geht es auch weiter. Genau. Wow, look at all those swords. That's what happens when the legendary blacksmith Kurogane toils so hard he forgets to die. I gave up everything, thinking of nothing else but forging a sword that could surpass Stormhow. And before I knew it... You had traded your humanity for demonhood. I see I'm not the only one. So great was your grudge against your brother, the inheritor of Stormhow. Well, guess we're not so different. You don't suppose you could hammer me up a new sword, do you? I've forged countless blades over these long years, yet not one has proven a match for Stormhow. And yet you still seek a Kurogane sword? I'll put it like this. No matter how much you've failed across the centuries, you've never broken. Well, I'm the same way. If anything can break Shigure and his god blade, it's the bitterness I carry. Strangely enough, seeing you and your brother has given me an idea that might work. I will forge you a new blade. Should we get some Brightstone? Nope. No need for that. Huh? Should I take it from the top? If you would, my arms are all I'll be needing. Bro, what the fuck? What are you doing? Don't be alarmed. I'm just cutting free some raw materials for the sword. You see something new every day. You need his head to make the sword? That's right. With this fine clump of pure resentment, I shall forge your imitation Stormhow, anew. No. I only keep this imitation as a reminder of how weak-willed I was in the past. To defeat Shigure, I've perfected the art of dual wielding. A secret Rangetsu technique. All right. If that's what you prefer, a pair of short swords it is. Well, that is... ...interessant. ...interessant. We'll wait outside. The ship is on its way. Right on schedule. Of course it is. They don't have the Reaper on board. One more thing. Apparently Shigure is Artorias' bodyguard. So we'll have to face him down sometime. No matter what. It's in our best interest to get rid of him while he's working alone. The problem is, Rokuro can't beat him by himself. Agreed. Shigure's not to be trifled with. Certainly. That's why, when Rokuro creates an opening, we're going to take Shigure out. You want us to meddle in somebody else's private quarrel? If it affects my own quarrel, yes. I suppose I'm in the same position. Besides, I can still use him. There's no sense in throwing his life away. Rokuro's not really a guy to care about the big picture. He might try to hack your limbs off a bit, but he'll get over it. Yeah, true. I made Bienfu rush out to the docks to scout the place out. Pretty smart, am I right? I pity that creature sometimes. That Kurogane, though. What a character. Giving his own body to forge a sword. Like some kind of ritual sacrifice. Ritual sacrifice. It's... Certainly something only a demon would do. It was a necessary sacrifice in order to gain power. A necessary sacrifice. What a vicious turn of phrase. Indeed. Still, I can't say I'm not thrilled to see how it all turns out. If what you give is mere meat for a god's morbid lunch, could there be a more trivial sacrifice? But if the offering is one's own body and soul, even a single hair can be pretentious. I wonder which he will have been in the end. Rokuro. Kurogane. I just do not understand them. You saw them. Demons. We're crazy. Sure. But they go through life with such crystal clear sense of purpose. Even demons have things they're not willing to let go. Or do you think us mere animals, running around killing people left and right? I know, I know. I understand demons still have a certain consciousness. But I look at those two and they seem passionate. Like normal people. Well, I've yet to meet a human so passionate he'd chop his own head off. Do you have a purpose like they do? I do in fact. Ever since Artorius used my brother as a sacrifice. Typical demon nonsense. The Abbey exists to protect the people. Yes. Sometimes cold, painful decisions need to be made to protect the many. But they'd never stoop to human sacrifice. Besides. I don't know. I don't know. If that's what you think. Ask the precious shepherd yourself. Ask him just what he did three years ago. He wouldn't. He'd never. Rokuro wants to slay his brother. Even if it kills him. And Kurogane had his own head lopped off just to forge powerful swords. How do those two find it in themselves to go so far? It's just how they are. They're demons. Not exactly normal. Yeah. It's scary. But I also kinda admire it. But me? I don't have anything I'm that desperate to accomplish. Not yet, you mean. In time, you'll find something. You really think so? Almost certainly. But don't feel you have to go and risk your life over it. You're not a demon. And you should stay that way. You deserve a normal life. Okay. But never mind. Just the foolish ramblings of a demon girl. Bad, bad news! A group of Praetors have left the dogs and her head is this way! They said they were coming to purge Eleanor the traitor! Purge? Velvet, what do we do? We take them head on. And you're fighting with us, Eleanor. An order, I presume. It is. Protect Lafisette. And defeat the Exorcists. Alright. I understand. Just remember. If we lose Eleanor, Lafisette will turn into a demon. I haven't forgotten. But we need to pool all the resources we have. She needs us for her own ends. And we'll use that to our advantage in this fight. Just don't push your luck too far, Velvet. And so recently was she a noble, outstanding young exorcist. How quickly one falls when entering Velvet's dark orbit. Ask me if I care. Velvet and Eisens Eisens sind die einzigen Beine, die, äh, das Geheimnis wissen. Soll ich jetzt eigentlich nochmal hier reingehen, oder? Ne, ne? With what I do, I can just kill these animals and befriend. We just get to know that. I can still kill them again. We will see you next time to continue to be a future. Bye-bye. Maybe they can see you next time. Bye-bye. 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 Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob ich jetzt einfach diesen ganzen Weg hier zurücklatschen soll.